Ich bin total erledigt und durstig und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Ich bin total erledigt und ich habe keinen Schmerz mehr in den Raum, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Da, guck mal, da ist er fahren! Danke für nichts! Kommt noch ein Auto? Ich höre nichts! Da! Fällt der an? Natürlich nicht! Ich hätte aber was machen können mit dem LKW, oder? Na los, lauf! Die hat aber auch wieder die Windestiefeln an! Äh... Es wird alles wieder gut! Hm... Ich bin mitten im Nirgendwo! Ich sterbe vor Durst! Und alles ist für'n Arsch! Aber alles wird gut! Pass mich in Ruhe, Aiden! Was?! Ach, jetzt siehst du das! Ist okay, Aiden! Werd jetzt bloß nicht nervös! Pferdchen! Pferdchen! Vielleicht können wir uns ja in Pferdchen klauen! Ich geh jetzt aus manchen Schatten! Kann man ja Auto klauen! Du hast Pferdchen! Da ist jemand... Achso, falsche Taste! So! Was ist das? Was ist das? Ah, okay! Du wirst ja wohl über den Stein laufen können! Fräulein! Was ist... Ist das ein Hund? Ja, das ist ein Hund! Das wird mich doch bestimmt dieser blöde Hund anfallen! Komm, wir klopfen mal! Vielleicht ist ja jemand gnädig! Hallo! Ich bin auf der Suche nach nem Platz für die Nacht und ich wollt Sie bitten! Du kannst hier nicht bleiben! Sorry! Kann ich nicht? Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Mhm, was? Was? Wie bitte? Hä? Wir sind kein Wendigo. Du kannst hier schlafen. Aber? Oh Gott. Okay, ich sag jetzt mal, das sind indianische Abstammungen. Ich hoffe, die sind gut. Ich ahne Schlimmes. Jodie. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Oh, hi. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Oh, mi. Der Tisch ist grad gedeckt. Wieso hab ich grad so ein Resident Evil-Feeling? Biohazard? Ja. Ja, danke. Entschuldigung. Was ist zu trinken? Trink lieber was. Äh. Das ist das? Was ist das? Ach so, Kartoffeln. Oh, bisschen Mais. Komm. Ähm. Muttchen, alles okay mit dir? Ob die das spürt, dass wir anders sind? Wo ist seine Frau? Ich weiß nicht. Ich glaub, wir kriegen noch Probleme mit den Söhnen. Ich kann mir nicht helfen. Keine Ahnung. Ich zieh einfach umher, von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Pferdchen. Seid ihr Pferdezüchter? Ja. Mustars. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Hm. Schafe. Ah. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Okay. Äh, Ranch. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier? Hm. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren. Und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber, äh, sie hängen an ihrer Oma und mir also. Oder so. Oh, was ist denn jetzt kaputt? Ich glaube, deswegen gehen die Jungs nicht. Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Hä? Was zum... Was ist los? Was... Hä? Ja, ja, klar. Lauf. Ich folge dir unauffällig, mein Lieber. Äh. Hä? Was ist los? Wieso habe ich jetzt das Gefühl... Wir werden es gleich bereuen. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Hä? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst. Verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Ähm. Und ich dachte schon, wir sind unheimlich. Pass mal auf. Die haben bestimmt auch was mit dem Übernatürlichen zu tun. Guck mal. Aiden. Dein Job. Das will ich... Da bin ich jetzt neugierig, was hier jetzt passiert. Der schläft. Jetzt die Oma. Okay. Omi, die schläft. Okay. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Der schläft. Der schläft. Hä? Hä? Was ist los? Ich bin neugierig. Ich will es wissen. Ähm. Okay. Ich... Ich... Hm. Hm. Egal, was wir hören. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, was zum... Du bleibst in deinem Zimmer. Ich lass immer du aufhörst. Ich hätte schon wieder nix. Hä? Was zum... Wer zum... Wartet mal, bevor ich jetzt hier rausgehe... Ich guck mal, also ich kann da raus... Kann ich jetzt noch irgendwas machen? Nee. Geht nur das. Okay. Ähm. Oh, hallo. Oh, wart ihr. Ach, der hat uns eingesperrt. Mist, Kerl. Kommt so wieder. Unsere Sachen kann ich nicht nehmen, oder? Ich hab jetzt Angst, dass jetzt wir... Ich bin jetzt einfach mal strebsam und bleib mal liegen. Also ich persönlich hätte viel zu viel Schiss in der Demi. echt in meinem Bett verkrochen. Anstatt da noch zu gucken. Gut, die Jodie ist anders, aber... Es ist kalt. Warum? Woh! 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 Die Luft scheint rein zu sein, aber trotzdem. Ich weiß nicht, das war irgendwie komisch. Oder meine ich... Was? Ja. Ja, ja, sehr gerne. Kaffee, wo? Da. Oh, sehr gerne. Kaffee. Ja, komm, zack. Ach komm, noch ein Schluck. Zum Unterwerden. Kann ich jetzt hier noch was machen? Ist ja jetzt schön, wenn mich hier einer mitnehmen würde. Ich würde dich gerne was fragen. Da geht's raus. Ich kann jetzt nichts mehr machen, ne? Nee. Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's ne Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hierbleiben. Ja? Du kannst uns helfen. Uh. Ich kann nichts bezahlen, aber... Letzt'n Dach überm Kopf. Und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Klar, warum nicht? Ja. Ja, wieso nicht? Hm. Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Oh, cool. Oh. Einsatzbereit? Ich bin stark, klar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. Zack. Oh, das erinnert mich an früher. Ah, ich kenne auch noch diese Wasserpumpen. Da ist Schäfchen. Aber... Das war doch das tote Schaf aus unserem Traum. Pass mal auf, die haben bestimmt auch Subgaben. Und die wissen, wer wir... Wer und was wir sind. So, du bleibst da so ne Weile. Das scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Danke, Jogi. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Ja. Was ist die Frage? Ich weiß jetzt nicht, ob das zeitspezifisch ist, wenn wir jetzt... das jetzt nicht schon uns hier erstmal umgucken. Aber es scheint alles geregelte Bahn zu laufen. Oh komm, das machen wir jetzt einfach. Geht das? Ja. Ja. Ganz sachte, Aiden. Nur einen Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Ja, ja. Entschuldigung. Ich wollte nur helfen. Äh, er wollte Heu. Oh Gott, jetzt habe ich nicht zugehört. Hat er gesagt, wo ich das hinbringen soll? Zu die Pferde oder zu die Schäfchen? Hey, Jodi. Lunch? Okay, ich mache das hier nur schnell fertig. Uh. Brauchst du das hier? Ich weiß es jetzt gar nicht. Pack es irgendwo hin. Danke, Jogi. Komm, aber nicht einfach so mitten rein. Bitteschön. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay, na dann. Okay.